Was ist Handlungsutilitarismus? Der Handlungsutilitarismus ist eine ethische Grundposition, eine Glücksethik und gehört damit zu den teleologischen bzw. Folgeethiken. Neben dem Handlungsutilitarismus gibt es den Regel- und Präferenzutilitarismus. Der Handlungsutilitarismus fordert, wähle unter den in einer Situation möglichen Handlungen diejenige, die für alle Betroffenen wahrscheinlich das summarisch größte Glück bzw. geringste Unglück zur Folge hat. Um festzustellen, welche Handlung das ist, muss für jede Handlungsmöglichkeit ein sogenanntes utilitaristisches Kalkül vorgenommen werden. Dabei werden folgende Fragen beantwortet. Erstens, wer sind die direkt und auch indirekt Betroffenen der Handlung? Zweitens, was sind die wahrscheinlichen, objektiven Folgen der Handlung? Drittens, was sind die wahrscheinlichen Glücks- und Unglücksfolgen dieser objektiven Folgen? Viertens, was ergibt sich dann summarisch an Glück bzw. Unglück für alle Betroffenen? Wichtige Anwendungsprobleme, Fragen und Einwände, Handlungsmöglichkeiten und deren Objektive wie auch Glücksfolgen sind oft schwer absehbar und verrechenbar? Das Glück des Schurken, des psychisch Kranken und psychisch Manipulierten, wie ist es zu berücksichtigen? Es gibt keine unveräußerlichen Menschenrechte? Sollte überhaupt Glück der Maßstab sein für Moral statt zum Beispiel Rechte oder Pflichten? Vielen Dank!